wie heute was geht ab willkommen wieder auf meinem kanal wir gehen rein bei paco armorpfeil ich bin sehr gespannt was der bruder gemacht hat der bruder ich bin sehr gespannt ohne viel zu reden leute wenn ihr wollt lasst ein like da abonniert meinen kanal teilt mal im video lasst einen kommentar auch da wenn ihr wollt ohne viel zu reden wir gehen ins video rein paco armorpfeil ich bin sehr gespannt let's go bisschen düsterer beat bis jetzt was ich feiere muss ich sagen bis jetzt ist diese hier diese animation ist nicht schlecht also bis jetzt das video gefällt mir ein sehr gutes video das mal was anderes so ist nicht so wie man es kennt da dann da dann da sonst auch ein video auf easy gedreht auf sample gedreht irgendwo auf dem achar irgendwo perfekte hinzugefügt so einfach auf easy paar perfekte hinzugefügt paar so sachen so wie jetzt auch hier paar sachen eingefügt ist nicht schlecht hat was bis jetzt nicht schlecht jetzt nicht so mein style ehrlich sagen so ist er es ist gut so kannst du immer hören ist so locker locker flockige song und so ist nicht so meins so ich mag also wisst ihr mal auf die frisse hardcore so ein bisschen hat er rasch nicht gegen straps oder einfach so ein harterer rap kann man sagen mag ich mehr so der song ist aber nicht schlecht wenn ich weiß auf alle fälle kommt er bald ne auch nicht so als in der art aber auch bis zu ne ich will sagen hart aber auch ein bisschen anderer song kommt von mir auf alle fälle von mir online bald und der wird nicht die schiene sondern ein bisschen auch auch mal sagen doch kann sagen die schiene bisschen aber ein bisschen härter so ein bisschen anderer style der style ist von paco nicht schlecht ist geil feierlich aber mein style ist ein bisschen anders da ihr werdet es noch merken wenn der song online kommt aber bei das gefällt mir das musikvideo auch gut schon auch plätze der leist halten soll kannst du immer hören zum trainieren gehen mit der family immer an der song immer hören also nice auf locker zeig ihr paris auf locker sie denkt ich bin ein rocker weil gibt ihr brett mit rocker gib mir brett mit rocker geile line feier ich geile line schau dir ist so nice ich chill in bald schaber und ich sag ihr mach mir eins schau dir ist so geil ich hol wie arm opfeil und schieß ihn rein bis du dann weinst ja der song ist schon geil ich muss sagen der song ist schon geil es ist ein song den kannst du immer hören egal ob trainieren ob du da oder da bist wie gesagt mein song ist auch in die richtung wie das nur ein bisschen härter wie gesagt mein song neigt hier ein ich hab noch kein datum wann der kommt aber der kommt auf alle fälle bald äh Grüße an meinen producer Melo der hat das gemacht für mich aber der beat gefällt mir auch gut der beat produce bei Cadillac Cadillac geil was steht da noch im Moment produce bei Cadillac Video bei Zeca ok one take video hey das meine ich ja Video wurde einmal ein Video gedreht das Video und äh wurden dann die ganzen animationen so gemacht nice auf alle fälle finde ich geil schieß ihn rein bis du weinst schieß ihn rein hol wie arm opfeil schieß ihn rein bis du dann weinst schieß ihn rein bis du weinst schieß ihn rein bis du weinst Ich habe jetzt nen Job erwartet aber wie geh Bruder den Song finde ich geil den Song kannst du im Auto pumpen gut ich bin so ein Mensch manche Songs gut wie drüben der Song den feier ich aber umso öfter ich dann höre umso mehr feier ich wisst du was ich meine kennt ihr so was ich bin so einer Der Song finde ich geil, verhalte ich den Song, aber da bin ich noch nicht so richtig umgehauen, was ich meine. Weil ich bin von Paco andere Sachen gewöhnt, von Paco bin ich andere Sachen gewöhnt, das ist für mich jetzt so bei Paco ungewohnt, den Style, klar, Style passt auch zu Paco, guter Style passt eben auch, aber ich bin von Paco nicht diesen Style gewöhnt, ich bin von Paco andere Sachen gewöhnt, anderen Style. Und ich bin bei Paco mehr auf diesen anderen Style hingehen, wie ich meine, wisst ihr, wie ich gerade was meine, so das ist auch noch Front, der Song ist geil, wie gesagt, nur ich bin bei Paco, hellere Dinge gewöhnt, hellere Leid sind so gewöhnt, deswegen bin ich mit Paco im Kopf so, Paco ist gleich Hard Rap, wisst ihr, wie ich meine, so nicht Paco ist gleich T-Rap, wisst ihr, wie ich meine, wie gesagt, der Song ist an sich geil. Jetzt würde ich auch nicht mitweiben. Genau, den Beat, den Drop her habe ich voll erwartet. Aber ich kann mir vorstellen, den Song auf alle Fälle, weil beim Training zu hören, den Song, der Hard Wasser Song, wie gesagt, ich bin von Paco, härtere Dinge gewöhnt, aber auch mal cool von dem und sowas lauf locker zu hören. Auf alle Fälle Paco von Wörth, einer der krassesten Rappers. New Camer, man kann nicht sagen, er ist kein New Camer, aber von Wörth, einer der krassesten Rappers. Auf alle Fälle, von Wörth, mein Deutsch, wie er so behindert, Leute, Wallah, also von Wörth ist Paco einer der krassesten Rappers. Okay, Leute, das war's mit dem Musikvideo. Auf alle Fälle, okay, ich will kein Arabisch heute jetzt. Zurück. Auf alle Fälle, wie gesagt, der Song ist geil. Ich spieler von Paco bin nicht andere Sachen gewöhnt, deswegen war ich jetzt nicht so im Vibe irgendwie. Ich hab's zwar gefeiert, klar, das Song ist geil, ohne Frage, nur ist es mal ein anderer Style von mir, was ich nicht gewöhnt bin. Aber an sich, das Song ist geil, mach weiter Paco, wie gesagt, du kennst dich, Bruder, ich weiß, ich gönne dir immer, bin ein geiler Typ. Macht weiter, folgt Paco, hört auch an Spotify durch, auf alle Fälle, checkt den ab. Checkt auf alle Fälle auch bald mein Song ab, der haut auch bald, wie gesagt. Like.tn, der wird auch mit Musikvideo wahrscheinlich sein, und der wird auch überall Spotify, iTunes und so sein, mein Song auf alle Fälle. Mein Song wird auf alle Fälle produced von Future Records. Und ja, Paco, wer weiß, Paco, vielleicht, wenn mein Song die gepellt, machen wir auch irgendwann ein Feature zusammen, je nachdem. Ich bin gespannt, und alles Gute dir, wie gesagt, hau rein, bis zum nächsten Video, bleibt gesund, peace out. Wow. Wow.